Ich würde fast sagen, Rewe treffen fände ich, glaube ich, besser. Ich brauche jetzt der Waffe, Freunde. Äh, drehen. Ich dreh so selten. Da muss ich noch immer gucken. Genau, verbraucht das wertvolle Eisen. Total schlau gewesen. Oh, hier war auch schon jemand. Lass mich verarschen. Scheiße. Jetzt kommt auch schon der Sturm näher, wie man sieht. Rewe, okay, cool. Ja, dann machen wir es so. Perfekt. Schau mal, Lorraine, ich bin unter den Top 10. Es sind nur noch sechs Leute übrig. Oh, scheiße, da ist Geballer. Das muss man gut aufpassen hier. Hätte ich halt jetzt eine fucking Fernwaffe. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott, Alter. Ihr macht mir halt echt alle Angst. Scheiße. Ja, jetzt wird es natürlich noch kleiner. Interessiert mich jetzt aber erstmal nicht. Ehrlich gesagt. Denn... Oh, immer wieder... Nein! Fuck, ich wollte das nicht. Jetzt hat man mich hundertprozentig gehört. Hier, bau dir mal schnell was hier, bitte. Oh mein Gott. Top 5 jetzt. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? KP1 von 2000? Ist das dieser Ballon? Nein, 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 nein. Das brauche ich jetzt nicht ab, sonst verrate ich mich. Ich habe da was gehört. Da hinten steht also ein Loot-Ballon. Ah, Mann! Kacke, wer meinen jetzt? Ich würde am liebsten erstmal abwarten, bis die Zeit vorbeigeht. Soll ich es riskieren? Ja, ich weiß nicht. Okay, komm. Was soll schon passieren, Leute? So, dann sehe ich ein bisschen was. Ho, 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 ho. Da hinten wird gebaut. Oh mein Gott. Da baut sich immer eine Festung. Haha, witzig. Geil. Ich habe einfach nur zwei Schrotflinten. Was soll ich machen, Mann? Ist der alleine? Noch drei Leute. Ich warte einfach noch. Ne, der Sturm kommt noch nicht. 20 Sekunden noch. Oh Gott, das ist ja spannend, ne? Top 3, hä? Nur noch zu dritt, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht kommt der Sturm näher. Da muss ich abhauen. Ich schaffe das nicht. Ich sterbe. Ich habe nur Schrotflinten. Ich sterbe. Gut, jetzt kommt der Sturm näher. Warte, warte, warte. Noch nicht. Oh Gott, wie soll ich das machen? Ey. Oh Gott, der ist eigentlich eh abgelenkt mit Bauen. Nein, ficken! Jetzt wurde ich gesehen. Ich wurde gesehen. Ja, das... Weißt du? Ganz ehrlich. Fick mich nicht. Nein, der Sturm. Der zieht nebenab. Ja, ich bin weg. Ja, das war klar. Wie soll ich das machen? Nur Schrotflinten. Der baut sich da eine Festung. Wie soll ich das machen? Okay, ich war Dritter. Voll geil. Bin nebenher in PT. Okay, mach das. Es war aber eine echt gute Runde. Ach, die waren noch im Team. Okay, ja gut. Dann habe ich ganz verloren. Die waren noch zu zweit im Team. Deine Platzierung ist zwei. Cool. Ja, geile Sache auf jeden Fall. Da war ich der Letzte. Boah, das ist auch cool. Da war ich ja eigentlich so gesehen schon in den Top 2. Wieder mal so. Weil ein Team gegen mich halt. Cool. Return to Lobby, würde ich sagen. War nur eine gute Runde, oder? Ich bin stolz auf dich, GameShakes. Vielen Dank. Das Spiel ist zu laut. Oh. Sorry. Sag das doch. Ey, dann mache ich das so. Die Musik. Ist die auch zu laut? Ich mache die mal so, ne? Lorraine findet es mal wieder gut so. So, ich bin bereit. Ich spiele dann mal los. Es geht, glaube ich, nicht, ne? Nee, 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 guck. Schade eigentlich. So, zwischen PS4 und PS4. PC wäre schon ganz cool. Okay, zack. Weiter geht's. Nächste Runde. Ja, eine noch. Und dann ist es eigentlich schon vorbei. Dann muss ich mich fertig machen. Hab's ja leiser gemacht, gell? Ja, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. So, wie sieht's aus? Da sind wir schon. Warte, wie sieht's denn aus? Gerade in OBS. Das ist gerade alles cool, ne? Warte, warte, warte. Ich bin mal so cool und tu doch die Webcampe wieder rüber. Weil das doch spannend ist, ne? Wenn man so in den Top 5 oder so ist, dann sieht man so die Map mit dem Auge des Sturms und so. Lassen wir das doch mal so, finde ich. Ich seh so schief aus. Was ist das denn? Ich bin voll schief, Mann. Was ist das? Okay. Egal. Passt. Man sieht mich. Alles cool. Geht schon los. Hä? Warte mal, was? Ah. Ah, es geht schon los. Ähm. Ja. Was? Wie, was? Ich bin alleine. Ja, voll geil. Oder hab ich Solo ausgewählt? Nein, ne? Oder? Warte, was? Warte, was? Warte, was? Welchen Modus habe ich jetzt? Bin ich jetzt Solo? Ich will Solo nicht sein. Fuck. Was ist das? Scheiße jetzt. Egal, ey. Ich glaube, es fliegt kaum jemand zum Tunnel, oder? Oder? Okay, doch. Da sind jetzt ein paar. Ich glaube, ich habe Solo ausgewählt. Kann das sein? Na ja, gut. Mal sehen. Ah, wo gehe ich denn jetzt hin, Mann? Kinder, ey. Ja, aber in dem Spiel bin ich Solo. Würdest du mit mir mitspielen, dann wäre ich hier auch nicht mehr Solo, weißt du? So ist das. Arsch, land jetzt einfach mal da. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Ich bin so frei. Kartoffelbrei. Was? Wo rede ich denn auch wieder? Gibt es hier was Schönes? Hallöle. Was ist denn hier? Patronen. Das ist ja so mal. Super. Was haben wir hier? Patronen. Nochmal. Okay, ich habe... Was? Oh shit. Das sieht nach einem Server-Delay aus. Und zwar an den fetten. Na, das wird ja lustig. Das wird ja witzig. Ich lasse mal ein bisschen Steine sammeln. Ich mag Steine. So, wunderbar, geil. Ciao. Jetzt muss ich gucken, dass ich wahrscheinlich eine Waffe bekomme, weißt du? Okay. Ab nach unten. Warum holst du dir kein Playstation Plus? Weil sich das für mich überhaupt nicht lohnt. Ich finde es viel zu teuer. Ich habe viel zu wenig Spiele, die ich online zocken würde. Oh Gott, hier war jemand. Scheiße. Ähm. Ja, lohnt sich für mich einfach gar nicht. So wegen ein oder zwei Spiele Playstation Plus zu holen, das... Ne, das sehe ich halt echt nicht an. Das ist zu teuer. Äh. Oh, scheiße, ne? Ich muss erst mal da hoch. Äh, was ist das denn? Geht das? Nein, da komme ich immer noch nicht hoch. Ja. Achso, ne. Äh, blüb. Wie mache ich denn das jetzt? Hä, was ist das denn? Äh. Ich muss mal mit einer Plattform. Ne, das hat ja keinen Sinn. Jawach. Was ist das denn jetzt? Hä? Wie soll ich denn jetzt da hochkommen, Mann? Aha. Ach, komm. Dann gehe ich da halt nicht hoch. Gehe ich halt einfach ausdrücken. Ich habe immer noch keine Waffe. Ah. Das geht mir auf den Sack. Mr. Potato ist kaputt gegangen. Alles klar. Kazigyu. Da gehen so viele Kratzer am Arsch. Frontline. Okay. Gewehrfeuer. Schrot. Okay. Ich brauche eine Waffe. Sonst bin ich eh am Arsch. Ich könnte mich zwar vielleicht noch reinmogeln in die Top Ten, aber ohne Waffe bin ich sofort down. Da war noch niemand, siehste mal. Ich hoffe, da ist jetzt eine Waffe drin oder so. I hope so sehr. Nein, da ist einfach mal gar nichts drin. Verdammte Scheiße. Loray, warum hast du mir die Waffen geklaut? Da vorn vielleicht. Gucken wir mal da rüber. Boah, bauen wir uns mal eine lustige Brücke, oder? Was habe ich denn da? Tolles Stein habe ich. Naja. Ist jetzt auch gar nicht auffällig oder so. Oh. So viel dazu. Ja, das war sehr schlau. Jetzt habe ich natürlich auch keine Ressourcen mehr. Also, jetzt spiele ich ja mal voll gut. Das ist ja, das ist Profi, Alter. Das ist, ho, 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 ey. Legt euch nicht mit mir an. I-Bim ist der Allerbeste. Das ist ja der unglaubliche Wahnsinn. Dafür reißt ich dieses Haustierrecht so auseinander. Ich hasse Häuser. So. Und den Boden nehme ich auch noch mit. Zack. Jetzt können wir uns eine schnieke Brücke bauen. Wenn die schon da ist, dann baue ich die mir auch, weißt du? Baue ich sie jetzt auch zu Ende. So. Zack. 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 Eins noch. Jetzt wäre eine Treppe lustig. So. Und was haben wir hier jetzt? Weh, da ist jetzt nichts drin, Mann. Ja, Mann. Geil. Oh, ja. Sehr gut. Eine lila, eine Waffe. Die haut rein. Lass mal sehen hier. 37er Schaden, ey. Das ist doch super cool. Kritischer Schaden. Nichts. Na gut. Macht nichts. Super. Hat sich gelöhnt. Siehst du mal. Der Brückebaumeister. Hier am Start. Der bleibt drinnen. Zu sehr guten Waffen. Dann holen wir mal wieder ein bisschen Holz mit. Zack. Wunderbarstens. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt so reißen können. Mit unserer hübschen lila Waffe. Dahinten ist ja schon der See. Das ist doof. Denn da sind oft welche. Auf der Hütte im See. So, hier ist niemand, oder? Was war das? Ne. Hä? Ne. Es ist übrigens eine voll gute Sache hier in den Büschen sich zu verstecken, ne? Von mittlerer Entfernung bis großer Entfernung sieht man dich einfach nicht im Busch. Das ist super. Dann kannst du einfach aus dem Busch rausballern. Deswegen auch zum Vorstoßen ist es sehr gut. Wenn man immer von Busch zu Busch rennt. Das ist wirklich praktisch. Außerdem übrigens, wenn man rennt. Das sieht man jetzt so beim Rennen nicht. Aber du hinterlässt eine Staubwolke, ne? Das heißt, man sieht dich dann eher. Es ist also besser, wenn du bei Kulissen bist, wo viele Spieler sein könnten. Dass du so kriegst. Und dabei schnell läufst. Das geht nämlich auch noch gleichzeitig. Dahinter lässt du, glaube ich, auch ein bisschen Staub, aber eben nicht so sehr, als würdest du nur rennen. Na. Aber das weißt du vielleicht auch schon. Sorry. Ha. Da oben ist schon der Hüde. Ich weiß nicht, ob da jemand war. Ha. Wie heißt das Schüsse? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Musik im Weg ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wenn dann auch in höherer Entfernung etwa. Hier sind Patronen. Und noch eine schöne Maschinenpistole. Das ist ja wunderbar. Das wisst du mal. Hier, geht doch ab. Okay, warte. Hier kommt der Sturm näher. Ist da jemand am Hof vielleicht noch? Das könnte ich auch sein. Ja, ja. Oh nein. Da hinten. Ach du Scheiße. Okay. Boah. Ja, wollen wir uns da mal hinbegeben, ne? Langsam. So. Platz 28 im Moment, ne? Sozusagen. Ich höre doch hier was. Verarsch mich doch nicht. Jetzt müssen wir halt um den See herum. Das ist schon ein bisschen scheiße jetzt. Da sind sicher welche in der Hütte. Beziehungsweise halt einer. Wenn ich jetzt echt Solo spiele, dann sind da sicher nicht mehrere in der Hütte. Oh, was haben wir denn da, Hübschis? Oh, ja, Mann. Oh. Ja, alles klar, Schüsse. Hundertprozentig. Halbautomatische Schrotflinte in Blau. Sehr gut. Ficken. Nein, ich habe mich gerade gekratzt, so kleiner Wichser. Oh. Und zu zweit. Also, okay, ne, Solo, ne? Okay. Scheiße. Gerade eben hatte ich... Oh, Mann, ey. Fuck. Ich habe mir jetzt auch sowas gebaut. Ja, so wie er jetzt. Hätte ich auch gemacht. Nach der Waffe wollte ich mich da oben verschanzen. Und da dicht machen und von da aus runterschießen. So eine Scheiße jetzt. Ich habe die gar nicht gesehen. Doch zu zweit. Oh, Gott. Das ist wirklich Multiplayer. Duo. Halt. Ich meine, ich Gruppenspiel. Ich war wirklich alleine. Lecklicher Marsch. Naja, gut. Platz 25. Kann man machen. Gut. Jetzt haben wir aber schon fast 18 Uhr. Das heißt, das war es leider für heute. Naja, war ja... War ja okay, die Runde. Ich hatte gute Waffen. Naja, schade. War okay. Ja. So wie dazu. Immer dieses rumgeswitcherte Webcam hier, nicht? Dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei Let's Stream, beziehungsweise Let's Play Fortnite. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss. Euer GameTricks. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.